Janik, eine Niederlage, die verdammt weh tut, aber noch ist nicht alles vorbei. Kriegt man das zusammen in so einem Moment jetzt? Boah, ja, schwierig. Ja, Niederlage ist schon sehr, sehr ärgerlich. Vor allem haben wir echt noch Riesenchancen am Ende gehabt. Wir müssen gefühlt das Spiel eigentlich wieder gewinnen, dann fällt denen wieder ein von Fuß. Ein Gegentor, was alles zunichte macht, wie brutal ist das? Sehr brutal und mich ärgert es einfach, dass wir aufgrund unserer guten zweiten Halbzeit nicht belohnt wurden. Du brauchst auch immer ein bisschen Spielglück. Das war heute auf Seiten der Tschechen. Wir hatten unzählige Torchancen und machen das Tor nicht. Im Gegenzug die Tschechen, die dann ehrlicherweise auch heute drei, vier Torchancen hatten, das stimmt, aber aus relativ wenig einfach zwei Tore machen. In der zweiten Halbzeit haben wir wirklich einen Punch gehabt, auch mit der Auswechselbank fand ich, die auch nochmal sehr gepusht hat. Machst das 1-1 und dann kriegst du natürlich so einen Nackenschlag, wo du eigentlich denkst, du machst jetzt vielleicht das 2-1. Es ist extrem bitter gerade. Mir fehlt die Konsequenz und irgendwie zieht sich das auch von der A-Mannschaft runter in die U21, dass wir schlussendlich nicht die Tore machen und unsere Chancen nutzen und uns selber belohnen. Das ist etwas, woran du in so einem Turnier aber auch gemessen wirst. Du musst von den Chancen, die du hast, die Dinger reinmachen, um tatsächlich dann auch ein erfolgreiches Turnier spielen zu können. Man kann auch schon darauf aufbauen, dass die Mannschaft alles gegeben hat auf dem Platz. Sie hat sich zerrissen, sie hat Leidenschaft gehabt, auch von der Bank kam extrem viel Energie rein und jetzt müssen wir einfach dran glauben. Gegen England, natürlich gehen wir dort jetzt rein und geben alles, machen unsere Hausaufgaben und schauen dann natürlich auf das andere Spiel. Die Finalspiele in der Bundesliga haben gezeigt, dass alles möglich ist und diese kleine Hoffnung, die da ist, die müssen wir am Schopf verpacken. Wir sind auch in der Lage, England zu schlagen, dann sind wir jetzt natürlich auch darauf angewiesen, was auf dem anderen Platz passiert. Aber diesen Resthoffnung, den haben wir noch und jetzt müssen wir alles dran setzen, die Köpfe frei zu bekommen wieder, Positivität irgendwo auch auszustrahlen und mit Selbstbewusstsein in das Spiel zu gehen, in dem Glauben und mit der Hoffnung, dass wir das Spiel gewinnen können. Wir haben noch ein Spiel gegen England und wir können uns nicht so verabschieden, das geht nicht. Und wie gesagt, ein bisschen Glück müssen wir auch haben. Im anderen Spiel muss Israel knapp gewinnen. Wir müssen unser Spiel gewinnen, dann haben wir das bessere Torverhältnis und dann gehe ich davon aus, dass wir dann auch weiterkommen.